Und denkt dran, liebe Kinder, falls ihr ein Bild mit zwei Ultra AC20 anbaut, es reicht nicht, die Teile im Chainfire zu halten. Ihr müsst auch ein bisschen langsam über den abzudrücken, weil selbst mit einer Ultra AC20, wenn man den Doppelschuss zu schnell auslöst, könnte man schon die Hitzestrafe triggern, wenn es ganz doof läuft. Deshalb immer ein bisschen langsam sein. Es sei denn, ihr wollt, habt gerade eine Situation, wo es richtig unfassbar geil und wichtig ist, Burstermish zu fahren. Und möglicherweise schnell den Schaden rausballern. Dann könnt ihr natürlich auch wieder hier, Ba- 국민, alles schon. Oh, Ibrand und Mike, zartes Hallo. Seu boden heben, da, ha ha, hi von mir. Der Kopf vor der Tapete wird gleich verschwinden, weil das Stream nach diesem Match zu Ende ist, die süße Maus. Und könnte dann. Jojo macht jeder mal nicht es ist schon irgendwo einer wir müssen Schade der läuft da lang und ich gehe mal hier um oh aber nice ich kriege auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen mehr zu vor Ort was aber unten vergehen hat Regenheit lässt da hat er gesehen meine Jürgen wie die Zappel noch ein paar Mal zu den versuchten wie du zu starten ohne Erfolg das arme kleine Teil Jürgen und Glück jetzt denkst du mal wieder mich Kollege weil es geht in aller höchstens normalerweise bis 1 und du scheitest um viele vor allem was erwartet das er muss er früher an mich denken ich kriege Räder wie welche Raketen haben und das ist doch recht wer macht so was schlechter Mensch alter Ultra C10 Ultra C5 3 MM 10er und ein paar Minimlaser interessant okay interessanter Laser womit und du verarschst du verarschst mich spiel jetzt hier ist hier auch ein Typ mit Kettensäge Mohawk oder was haha wie geil er schlägt den Ossern in die Flucht der Ossern dreht ihn den Rücken zu lass mich arzt ich bin durch der M-Jack dem ich vorhin begegnet bin Dessen seiten torse ich noch gut an meine Bekanntschaft mit ihm erinnert jetzt ist auch direkt blockiert die 2 die 2 die Salve war für das das Brombein sorry dafür ich muss dieses rausreuswand wenn es gehört zum der Stimme so gut aber es gibt mir noch die Stimme zum Schluss für das Scheiß aber hier hat es sich gelohnt das Risiko in die Nähe zu strafen aber einfach mal ordentlich ich damit fahren konnte ach das hier du von gerade 3 zu 3 3 3 3 kann man es ist Julien aufdauern aber das wurde aber um die zu kommen er muss ja auch nicht überlassen gehen da ist der andere Adlers das das war das jetzt aber gar nicht mal so klug von dir ne bei 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 Atlas hier da vorne eine weifer was schnell wird das wird direkt ein bisschen schwieriger auch mit mädchen getrennt aber dann kann man keine munition mehr der keine ultra mehr die ist blockiert die ist noch da aber blockiert die eine ist weg bis munition ist flüten gegangen aber das geht das geht Leute den können wir packen warum passiert ist nicht wenn ich die Ultra feuern will sie war gerade nicht mehr im Cooldown sie war nicht mehr blockiert aber sie hat nicht geschossen zu heule was denn wo kam von hinten jetzt war ich definitiv zu abgelenkt mit dieser scheiß Ultra warum die nicht geschossen hat verdammt er sagt ihre Erzhaft also ich bin immer noch dafür dass man auch bei diesem Atlas sagt Atlantin bei die Mehrzahl von Atlas ist Atlantin also deshalb glaubt er hat auch immer schon der weiß was er macht das wäre so ein Ezekiel gewesen und jetzt schießt er nicht mal auf den Herbstes was war wo ey keine Munizierung oh mein Gott der hat die letzte Munition in den Boden gedrückt und einer der das eigene Team komplett gekillt hat Bob Howard 16 Team Damage das geht noch ach und ärgerlich grad dass ich mich so von der Ultra hab ablenken dass man um die nicht geschossen hat hier ist auch wie vor die Match Score Lanze Uni da alter Schwede 4 Kills 948 Damage im Atlas TDC nice die sch Teddy sch effects genau SD